Moin moin meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hey Monster! Und wir sind hier weiter unterwegs, um diesen einen Quest hier zu erledigen, den wir noch haben. Und zwar haben wir den Quest hier zwei Pokémon zu fangen. Und das versuchen wir auch. Eins haben, äh ne, drei Pokémon zu fangen. Zwei müssen wir noch. Wir haben in der letzten Folge Mauti gefangen. Jetzt gucken wir mal. Ja, Knofenzer, geil. Hat beim ersten Versuch geklappt. Das ist schön. Gucken, was wir jetzt als nächstes noch so fangen. Genau, nochmal einen Knofenzer. Können wir quasi... Also ich könnte es nochmal fangen, wäre nicht so das Ding. Frage ist nur... Ja, das haut es direkt weg. Ich hätte es gefangen, wenn es dann ganz knapp überlebt hätte. Alles andere wäre mir auch ein bisschen zu blöd gewesen. Machen wir jetzt hier nochmal mit Flying. Ich probiere es nochmal zu fangen. So. Fangen wir das Knofenzer auch. Ja, geil. Haben wir die Aufgabe erledigt. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Ihr kennt es. So. Jetzt haben wir den Quest geschafft. Wollen wir den mal abschließen. Let's fast. Can you give it to me? I really enjoy its singing. Aber gut, ich habe leider gar keinen Jigglypuff dabei, aber das war nicht die Aufgabe. So. I want to pass Road 6 with full stars. It's time to prove myself. Müssen wir jetzt gegen... Gegen wen müssen wir jetzt hier noch kämpfen wollen? Oder müssen wir jetzt hier auch noch kämpfen? Oder kriegen wir irgendeine andere Aufgabe? Schauen wir mal. Kampf wäre eigentlich nicht so geil. Wobei unser stärkstes Pokémon ist fit. Weil unser Glutec so kann. Wenn es drauf ankommt. Wird es zuschlagen. Oder gehen wir jetzt in den nächsten Raum. Ne, wir gehen hier wieder zu dem Typen. Den hatten wir schon ein paar Mal. Are you here to prove yourself? Passing each Road with full stars is what every trainer dreams too. So. Keep up the challenge. Pass all trainers off Road 6 with full stars. You passed with full stars, right? Ja, habe ich schon. Incredible. I know this is just a piece of cake for you. Er hat gesagt, das ist nur... Ist ja mega einfach für mich. Das ist kein Problem für mich. But the following quest will be way harder. Find the guide to Diglett's Cave first. Okay. Aber dann hatten wir die Aufgabe ja auch mal eben easy erfüllt. Und jetzt sollen wir irgendeinen Guide to Diglett's Cave oder was auch immer finden. Und Diglett's Cave ist glaube ich der nächste Ort, wo wir hin können, müssen, sollen. Wie auch immer. Also, ja. Irgendwie ist diese Road 6 auch gar nicht mal so unkompliziert. Hier. Ja, da geht's rein. Geil. Team Rocket Gerardo. Ich will doch mal eben kurz was ausprobieren. Und zwar, ob wir diesen Team Rocket Gerardo da ansprechen können. Are there really a lot of Diglett's in Diglett's Cave? Sehr gut. Nur eine Aussage. Mehr nicht. Dann können wir weitermachen. This Diglett's Cave is called set for all the Diglett's here. There is just one way in and out. Very few people come here. Here are many trainers who like ground type Pokemon. Be carefully, they are not weak at all. Ja. Dann sind wir mal vorsichtig und passen auf uns auf. Irgendwas, der so drauf hat. Was macht der Käfercatcher denn hier drin? Wie trügt er etwa seine Käfer, indem er sich hier einen Diglett fangen will? Also ein Dick, äh, Dick da. Ja. Ah, schön. Das hätten wir auch geklärt. Victory. Ach, wir sind jetzt quasi schon wieder in den Quests, dass wir hier die einzelnen Trainer challengen sollen. Eine Sache, die ich gleich nochmal abchecken will, ist allerdings, was es hier für Pokémon so gibt in der Hülle. Ob es vielleicht noch was anderes als Diglett's hier drin gibt. Das wäre nämlich schön. Psychokinese reicht. Mal, ob da Psychokinese wird bei dem, wo wir nicht reichen. Nein, das ist scheiße. Denn das bedeutet so viel wie, wir kriegen nur zwei Sterne und müssen gegen den nochmal antreten, um die vollen Sterne zu kriegen. Das ist natürlich unschön. Das ist wirklich unschön. Seht ihr, zwei Sterne nur. Das ist kacke. Ja. Gehen wir direkt nochmal zurück zur City. Wir können auch hier bei unserem Pokémon nochmal ein bisschen was switchen. Wir können die beiden hier mal im PC schmeißen. Und dafür nehmen wir mit, welches ist stärker von denen. Oh, das ist deutlich stärker, das erste. Das nehmen wir mit. Und Mautzi ist nicht so stark. Das ist nicht so toll, ne? Ja, kann ich auch das weiter mitnehmen? Nein. Fehler. Mein Fehler. Meinte ich, wir können dann das hier mitnehmen. Oder den Bank. So. Und jetzt gehen wir einmal zurück in die Stadt. Diglitz Cave. Nein, wir wollen da mal hin. Einmal kurz heilen. Vielen Dank, Schwester Joy. Immer wieder gerne. Guck mal, er hat hier so ein, so ein, ja, so ein shiny Roboga. Was ich eben nochmal, was mir eben aufgefallen ist, wenn ich auf die Map klicke, sieht das nicht so aus, als wenn man das eventuell sogar anklicken könnte. Ja, ich probiere. Ja, ich probiere es lieber nicht aus. Wir gehen mal so weiter. Und wir waren ja sogar schon in dem Gebiet, wo man angeblich Entei, äh Entei fangen können soll. Haben es dort aber nicht gehabt. Ja man, das passt doch. Wenn wir beide One-Hit wegklatschen. Ich werde trotzdem jetzt meinen Glutexum mal lieber wieder nach vorne packen, weil es einfach stärker ist. Das ist einfach besser. So, nächster Gegner bitte. Achso, wir müssen den einen ja auch nochmal bekämpfen, sonst haben wir ja bald das Problem, dass wir die Sterne nicht voll haben. Egal, wir heben uns das nochmal auf. Das machen wir schon noch. Feuer gegen Feuer. Ja, danke. So muss ich, äh, keine Leben aufopfern. Und kann direkt mit voller Power zum nächsten Gegner. Ich denke mal, das wird auch bei dem Einsternverlust bleiben, den wir da hatten. Ist trotzdem ärgerlich halt. Guck mal, unsere Energie ist auch schon wieder alle. Egal, wir kaufen neu. Ist okay. Und gehen weiter. Das mit Energie ist halt nicht so schlimm, weil... Wir kriegen ja auch immer wieder neue Kristalle, somit können wir die Kristalle ruhig verbrauchen. Wenn wir gut vorankommen, ist das eigentlich nicht störend. Ja, sehr schön. Und den klatschen wir auch one hit weg. Können gleich nochmal gucken, wie das aussieht mit den... ...einen Gegner. Ob wir den mal eben kurz wiederholen, damit wir da auch noch den... ...goldenden, äh, die drei Sterne kriegen. Und zwar... Wo haben wir es? Wir können sowieso noch unsere... ...Belohnung hier abholen. Hm, dort. Aber egal, wir machen erstmal kurz hier. Enter. Und da müssen wir bei dem hier nochmal ran. Um den einen Stern noch zu holen, der uns fehlt. Fire in the hole! Scratch. Den kriegen wir den... Ja, one hit. Sehr schön. Victory! Und jetzt haben wir die ganzen Sterne. So soll's sein. Jetzt könnten wir das alles abgrasen. Ich warte damit aber erstmal. Ich weiß nicht, ist bei dem... ...bei den Geschenken... ...ist da Energie dabei? Enter. Ah, das war falsch. Sender die dabei? Nö. Also kann ich doch, kann ich mitnehmen. Kann ich abholen. Zack. Dann haben wir das erledigt. Schauen wir uns die auch nochmal ab. Wunderbar. Und gehen weiter. Wartet mal, den hier wollen wir natürlich auch nochmal mitnehmen. Psychic Stone. It's dark and wet, which make it heaven for Diglett. Diglett travels fast. They dig too. That's why a lot of people say they are sneaky. I have waited for a while and caught nothing. My siblings are waiting for me to bring them some train, äh, to train. Catch three Pokémon of any type in Diglett's cave. Ja, gibt's hier denn überhaupt was zu fangen? Ja. Ah, so kommen Kämpfe. Oh, dann nehmen wir doch mal einen Diglett schon mal mit. Ah, die halten zu wenig aus, die Dinger. Können wir auch nochmal abchecken, was es hier überhaupt so gibt. Okay, die Ursa, Slimer, Slimer, Mock, Diktry gibt's auch und Slugmar. Und natürlich Diglett selbst. Das kriegen wir hier hin. Diesmal geben wir einen Kratzer, vielleicht hält es das aus. Oh, jetzt hat es sich eingegraben, na wunderbar. Was? Das war sehr effektiv. Okay. Dann nehmen wir mal unser Bellsprout. Oh, toll, ey. Auch sehr effektiv, ne? Shit. Das ist ja nervig. Wie nervig ist das denn? Wir sollten mal hier sowas vorschicken. Das ist, glaube ich, besser. Und gerade jetzt kriegen wir einen Grimmer. Oh, das ist ein Grimmer plus One. Das ist richtig gut. Nice, das hat schon zwei Verstärkungen drauf. Mauen wir mal einen Pfund drauf. Ja gut, das bringt's nicht so. Dann... Dust Dogs. Nehmen wir das. Und setzen mal Flying ein. Boah, das hält richtig was aus. Das will ich unbedingt fangen. Ja. Komm, weiter. Na? Gut, jetzt fangen wir's ein. Pokéball! Das ist voll gut. So werden die auch noch unterschieden in der Power. Dann kannst du sogar richtig starke und richtig seltene finden. Und halt lappige. Ja. Geil. Das kommt mit ins Team auch. Definitiv. Victory. So. Da können wir direkt mal gucken. Bugis Center. Dafür fliegt... Unser... Nö, das ist stärker. Als das hier. Der fliegt raus. Und dann kommt... Na, wo haben wir's? Der... Ey, der... Irgendwie... Ist der gar nicht so... Wirkt der gar nicht so stark, ne? Hier, guck mal. Wirkt nicht so stark zu sein. Oder scheint nicht so stark zu sein. Aber egal. Put it in back. Ein bisschen stärker ist es schon. Achso. Ja. Wir machen hier jetzt erstmal ne Pause. Wir setzen diese Quest dann in der nächsten Folge fort. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, bleibt stabil und haut da rein. Auf jeden Fall. 我知道 wir Enfin. Ich bin zurück. Fui. Und jetzt...